. 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 Wir drehen heute ein richtig, richtig freshes Musikvideo. Wir haben coole Tänzer da, Cover-Body-Paintings und jetzt auf die Perf mal reinschauen, was wir heute alles gemacht haben. Wir machen zu Wynelof ein Musikvideo mit einer richtig, richtig freshen Installation von mehreren Ventilatoren, die im Preis aufgestellt sind und wir dadurch einen Strudel bekommen, sodass diese Tücher immer wieder hoch und runter gehen, ohne dass die Tänzer das auch tatsächlich anfangen. Timo, was war denn gerade eben das Problem? Die Kamera hat gesponnen. Das sind die Momente, wo du denkst, dass wir machen. Wurde jetzt gut gehandelt. Wir müssen es weiter machen. Okay. Hehehe. 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 Thank you. Alright. Perfect. Danke dir. Danke dir.